Was ist der Sniper? Weiß nicht, wie ist es? Oh, ich hab sie gefunden. Sehr gut. Jupp, die sitzt da. Der bleibt direkt an der... Oh, Sniper um. Ja, ich steig auch nicht so. Oh, du hast ihn erwischt, geil. Der Arndt geht, die Flutfreude, der hat einen Flutfreude. Die Schützung ist weg. Andere Flutfreude, die Flutgewehr... Wir schießen den Helm weg. Oh, der Flutfreude. Die Flutgewehr ist weg. Schildträger und Plasma? Gut, dass ich schön dicht an der Wand laufe. Bist du gar nicht gestorben? Nein. Die Schildträger einfach alle weg nehmen. Guck mal. Er kommt von Bischof in Gott. Al Whitehold das geht. Okay. Boa. 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 Hier hinten liegt noch eine Slyphan. Oh, ich habe auch eine Slyphan. Ja, sie wird gerade weggesprengt. Ne, bleibt liegen, sehr gut. Hier. Ja. Da müssen wir hin. Ja, genau. 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 Oh, jetzt ist irgendwo einer mit Slyphan gewesen. Oh, ich habe ihn. Oh, Wave. Ich habe keinen Schuss mehr. Äh, wenn du ein Präzisionsgewehr hast, kannst du den Fahrer rausschießen. Ja. Der ist kein Helm. Wie lange da hinten stehen. Wie lange da hinten stehen. Ich habe ihn nicht von mir geschaffen. Heftig, ne? Dann ist er eingetragen. Da kommt ein Wurt. Da oben rechts steht ein Slyphan. Ein Wurt ist aufgestiegen. Ja, ich habe gesehen. Und ganz oben steht ein Slyphan. Ich habe nur noch einen. Der gibt ja auch noch einen. Ja. Da kommt ein Wurt. Da kommt ein Wurt. Ja, ich habe gesehen. Der ist noch mal ein Wurt. Oh, ich hab ein Ablechen. Ja, okay. Ah, machen wir nicht. äh, hier liegt ein Sniper, bei mir? ja, hier liegt, ja, ich hab schon einen, voll ist ok hier gibt es auch mehr Ghosts und noch mehr Snipers ja, nur mal so ein Ghost da hinten werden wir eine Stärke oh, das ist jetzt noch ein Sniper, der in die Stärke man explodiert auch was ist die denn? ja hier ist alles tot und die musik ist leer was ist da los die musik ist leer ja ja die musik aufgehört kontrolpunkt vielleicht sehen wir einfach zu langsam da war das gereicht die musik Oh, der ist hier. Oh, hab ich da nicht. Oh, hab ich da. Hui. Ich brauch einen neuen Ghost. Ich hab irgendwas vor mir angeschossen, was explodiert ist. Ich hab nicht weg explodiert. Tschüss. Tschüss. Ich guck mal um die Ecke. Vorsichtig. Ah, ich krieg's. Gut. Gut. Ganz schön. Ja, ganz gut. 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 Ich geh nochmal wieder zurück. Panzer, Panzer, Panzer! Panzer? Oh! Nein! 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 Du bist wirklich dran! Hm. Oh, damit habe ich jetzt wirklich geheilt. Warte. شرide- Zachest! Okay, das ist das jetztит. ein Absatz privat. ... ... ... ... ... ... ... Ja, dieses Mal schießt du nicht drauf? Nee. Ja, du bist auch ganz schön mutig. Ach, letztes Mal habe ich viel mehr Schüsse mit vom Sniper ausgehalten. Ja, aber das ist eine Frage, ich denke, es ist echt gut. Ja, du bist auch ganz schön. Ja, du bist auch ganz schön. Ich schiebe da so in den Weg, dass er halt echt kurz anschießt und nachdem er halt nachhielt... Ja, das war der Sniper. Ach, den hast du das jetzt mal gesehen? Ach, da haben wir also... Hä, warum schießt man da so komplett gestreut? Was ist denn los mit ihm? Nein. Nein, doch so ziemlich gut. Und schießt dann aber auch ganz gut was ich nicht. Ja, das war der Sniper. Ich bin jetzt mal. Ich bin jetzt mal. Ich bin jetzt mal. du bist gerade ganz ganz leise nein du warst aber nur leise unterwerf ist zwar laut ja gibt ja noch ein paar mehr hier wo ich stehe ist im alten spiel in der mauer und im neuen kann ich da durchgucken aber ich habe dagegen geschossen das ist ja unfair der fels in alten grafik ist in der neuen grafik ein stückchen weiter nach hinten ich bin jetzt auf alte grafik das einfache ich spring mal kurz auf die andere seite oder da waren auf einmal noch mehr doch noch mehr da waren wir weg Ich habe gerade zwei Boots mit einem Schuss erledigt. Nice. Ja, waren beide auf eine Linie, die Schippe kurz mal wieder haben. Ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube, ich habe alle Boots gerade da schon erledigt. Erstmal zu gehen, die Gral-Auswahl, und dann kommen wir links ganz viele. Die wir jetzt schon mal abwerfen. Ich werde die eine nach dem anderen ausschalten. Oh Gott, heute. Sniper! Sniper ist eben ganz doof. Hör auf! Ja, habe ich schon! Uh, hier ist ein Datapad. Glaub ich. Kriegst du den jetzt? Ich kriege ihn verdammt nochmal! Wie hast du das gemacht? Hahahaha! Äh, gut! Oh, da ist noch ein Panzer. Ähm, ich war hinten. Oh, die Landungskapfel von uns. Ich habe mich hinten ran gehängt, habe geschlagen. Dann stand da Granate. Da haben keiner geschlagen. Oh, oh, oh! Mehr Gurt, Mehr Gurt, Mehr Gurt! Soll ich den Patate schießen oder willst du ihn versuchen? Ähm... Ich habe mich einfach nur... Oh, toll! Ich bin ins Kreuzfeuer gekommen. Oh! Okay. Oh, eine Schütte. Eine Schütte. Sniper. Äh, der Sniper ist noch da. Ja, es kommt nochmal ein bisschen. So, ich schau mal, ob ich den... Den, den, den... Sniper. Er hat mich diesmal schon wieder. Pass. Ich muss jetzt mal hier diese Bütze abfahren. Der ist hinten links. Ah, ich hab sie. Ich hab' da... Ich hab' da... Da fang' da schießt auf mich. Wenn der bei hinten hin gehen. Dann guck' ich guck' ich guck' ich guck' ich... Der hat mich in Frage... Ich hab' da... Hinten? Und was muss ich dann... Ja du musst ihn halt entern. Entern? oder nicht sprügeln und dann darfst du dir irgendwann granate werfen das ist eine absolute schluss okay ich kann auflagen ich habe ihn festgepackt nein nein schlagen nein oder willst du meinen panzer nehmen ich habe kein nein irgendwie bin ich mir wie abgefallen es war mega wird gerade das klinge 2.22 22 mädel kam mehr ok aber was wo bleiben diesmal die scharfschützen die habe ich tot ach so die sind schon dort die sind tot ich bin einfach voll aggressiv da rein oh gut dann ja ich gehe schicklich Oh, siehst du. Okay. Sind tot. Du musst ja nicht wie ein Berserker reinstürmen, ne? Ich kann die auch erschießen. Diesmal habe ich sie nicht gesehen. Oh, leck mich. Ich bleibe einfach mal stehen, mal gucken, was passiert. Vielleicht vergesse ich sie gar nicht. No, Scope. Ich kotze. Die sind soo hart. Na gut, dann fange ich hier so ein paar Schüsse von denen ab. Boah, Digga, die schießen richtig. Jetzt habe ich der Panzer erschossen. Das gibt's doch nicht. Das sind eben zwei, ne? Wie? Der hat jetzt einen Schuss ausgehalten. Was ist denn bei ihm los? Lass sie einfach nach vorne kommen. Ja, dann habe ich sie im Berserker und dann kriegt sie auf den Zack. Wenn ich sie sehen sollte. Ja, sie laufen von rechts nach links. Ne, das geht mir darum, dass der Panzer so riesen Explosionseffekte macht. Also mindestens einer ist tot. Halt mal die Nase ein bisschen rein. Ich weiß nicht, ob noch ein Sliver da ist. Ich weiß nicht, ob das ganz links noch an der ist. Ne, ne, den habe ich erschossen. Bei dir kann man durchfahren. Ja, ja. Ja, ja. Vorsicht, 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 Vorsicht. Ich musste dich etwas schieben. Ich will nicht vorne, ich will hinten ran. Eigentlich ist es egal. Achtung! Genau. Jetzt hat es das. Aber der Panzer hat nicht zerschossen. Okay, einer ist mindestens tot. Mann, die Explosion. Das ist so nervig. Dann siehst du einfach nichts. Von mir oder von ihm? Von beiden. Soll ich aufzuschieben. Ich bin immer noch mal mein Teil mit dem Blitz. Ist sogar auf, auf der neuen Grafik. Ne, ne, ist alles gut. Mhm, kriegt ihn das. Okay. Ich habe eine neue Taktik. Ich steige aus und hole meinen Sniper raus. Ich stehe hier so günstig. Ja, ich weiß. Boah, Digga. Wenn du nur die Schulter streifst, schießen sie dir sofort an den Kopf rein. Ja, ich weiß. Aber seit wann kommt dir denn so eine riesige Reichweite? Ne, war ich safe. Okay, jetzt sind wir nicht in der Höhle. Schnell kriege ich eben nicht so viele von denen ausgeschaltet. Oh, ich hatte einen. Lass sie kommen. Ich habe keinen einzigen. Ich glaube, ich habe sie höchstens angeschossen. Äh, ich glaube sie sind tot. Jupp. Leider sind weg. That was schnitzel. I was echt. Okay, ich mach mich klar. Hup! Okay, Quattropo, jetzt kommen die davor da. Ja. Ja. Das Terminal müssen wir uns jetzt aber noch angucken. Terminal? Ja. Don't bite. Mhm.